Komori heutzutage, wir versuchen immer Lösungen zu finden für die Förderungen, die die meisten Firmen haben. Auch hier haben wir das gemacht bei die Firma Wirz, zusammen mit unserem Vertriebspartner, die Firma Wessler. Die Druckerei haben heutzutage zu schaffen mit einem ständig ändernden Markt. Wir haben hier zu tun mit die Firma Wirz, eine der größten Mailing Houses von Europa. Wir sind seit 27 Jahren Komori Kooperationspartner. Komori kommt aus dem Offset-Bereich und steigt jetzt in die neue Technologie Digitaldruck ein. In der Digitaltechnik ist natürlich auch der Papierlauf sehr wichtig und da vertrauen die Kunden eher einem Offset-Druckmaschinenbauer das zu als einem Digitaldrucker. Wir sind seit 1995 im Mailing-Bereich unterwegs. Da kam einer unserer größten Kunden und sagte, Mensch, ich will es mal anders machen, nicht so ein Schlafwagen-Mailing, Umschlag, Anschreiben, Flyer. Ich möchte gerne alles aus allem haben. Heute haben wir eine Vielzahl von verschiedensten Techniken, sind mehrfach ausgezeichnet worden als Direktmeldrucker des Jahres. Wir stehen für ein Think Tank, ein ausgelagertes Think Tank für den Kunden und wir machen mit ihm immer wieder neue spannende Produkte. Wir sind froh, dass wir eine Entwicklung hingebogen haben, dass unsere Produkte nicht ein Klick entfernt im Netz zu kaufen sind, sondern wir haben den Wandel vollzogen von der klassischen Druckerei zum absoluten Mailing-Spezialisten. Die Produktion ist bei 99% Mailings, die wir hier im Hause produzieren, die voll personalisiert sind. Wir wollen die Kunden erfolgreicher machen. Wir haben von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gehabt, mit Wessler und Komori zusammen diesen Weg zu gehen. Und für uns war halt auch wichtig, dass die Bogen hinten fertig zweiseitig personalisiert rauskommen. Die HD UV-Inkjet-Qualität hat uns auch überzeugt. Es ist sogar teilweise ein haptisches Erlebnis, wenn man Holzmaserungen druckt, kann man fast das Holz ein bisschen fühlen. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg einer tollen Partnerschaft sind.